Hier präsentieren wir die 5 besten Hartschalen-Koffertests. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. BRI Bülreisekoffer Hartschalen-Hartkase-Trolley-Zahlen-Schloss-Polycarbonat-Sät. Die hochwertigen Polycarbonat-Ups-Instanzen wurden außergewöhnlich immunverfeinert. Natürlich können die Fälle in jeder verschiedenen anderen Passen so wenig Platz bei Nichtverwendung gestapelt werden. Ein Code-Schloss wurde in den Fällen tatsächlich bereits integriert. Zusammen mit dem höhenverstellbaren Teleskop-Stab mit sinnvollem Umgang mit ist auch ein Geschäft bringen mit auf der Oberseite der Situation angeboten. Die 3 größeren Beutel-Versionen haben ebenfalls eine Seite trägt kümmern sich um. Die kleinsten Koffer. Die Beschwerde-Situation können mit den anderen Koffern zu dem Teleskop-Angebote bequem befestigt werden. Nummer 4. Suitline Hartschalen-Koffer-Koffer-Trolley-Roll-Koffer-Reisekoffer Wenn diese Suitline schwierige Situation kaufen, können Sie nicht nur mit einem Koffersammlung gehen, aber auch einzeln wählen zwischen der Situation S, M, L und XL Größen. Wie viele wie 16 verschiedene Farbtöne auf Sie warten, so dieser neuzeitlichen Reisegepäck in einem innovativen Layout eingebettet muss auch Ihren Wünschen gerecht werden. Die kleinste der Fälle ist super als Handreisegepäck. Obwohl es nur 2,4 Kilogramm in der Auffassung, es kann man sich die Seer mindestens 33 Liter eine Fähigkeit sicherzustellen. Die Matty Abdominalmuskler harte Schale Handling hat tatsächlich sein außerordentlich robust sowie langlebig in Technik überprüft. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Beibüe 2088 Zwillingsrollen-Reisekoffer-Koffer-Trolley-S-Hartschale Es gibt 13 verschiedene Farben zur Auswahl zur Auswahl, wenn diese Beibüe-Doppel-Rolls-Fahrsituationen in den Größen M, L, XL oder als eine Sammlung zu erwerben alle 3 Gehäusegrößen enthalten. Eine Schutzsperre, deren Code Sie selbst identifizieren können, hat zur Zeit fest integriert rechts in die Instanz worden. Um den Fall zu verstauen, wenn Sie nicht als platzsparend eingesetzt werden, können Sie natürlich leicht in jeder verschiedenen anderen gestapelt werden. Die sinnvolle Teleskop kümmern sich nicht nur stark und robust, dennoch können auch auf Ihre Körpergröße angepasst werden. Nummer 2. Hauptstadt-Koffer-Hartschalen-Kofferspray 1203 Die Key-Situation-Harte-Situation-Spray lockt mit seiner matten, schwarzen Look und das gründlich anspruchsvolle Layout. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Größen, von einem Carry-On zu einem mittelgroßen bis großen Koffer. Zusammen mit dem Herrn Tasche-Designer in schwarz, können Sie noch auswählen 9 verschiedene andere Farbvarianten von rosa und gelb über umweltfreundlich zu einem reichen Rotton. Auch eine Reisetasche-Sammlung mit allen 3 Gepäck ist leicht verfügbar. Und die Nummer 1 unserer Liste, BE-BE-Hartschalen-Koffer-Trolli-Roll-Koffer-Reise-Koffer-Handgepäck-4-Rollen. Die Top-Qualität BE-BE 2045 harte Situation verarbeitet ist nicht nur in 13 verschiedenen Tönen zur Verfügung, aber auch in den Dimensionen M, L sowie XL für Sie. Die ruhigen und flinken Gummi-Rädern sowie die 360-Grad-Räder-System stellen Sie sicher, dass dieser Fall sehr einfach gesteuert werden kann. Kreuzbänder im Innern der modernen Tasche die wesentliche Ordnung an der exakt gleichen Zeit gewährleisten. Der Umgang mit Abs-Kunststoff macht den optisch attraktiven Hartenfall so robust wie sehr einfach. In der Werkzeugdimension des Falles bringt nur 4,2 Kilogramm auf die Bereiche. Optional können Sie ebenfalls mit einer dreiteiligen Reisetasche gehen, seht, wie ich für Ihr Wohlbefinden sowie für eine anstehenden Urlaub- oder Geschäftsreise optimal ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.